Morgen Jullu, schön Grüße aus dem Bunker. Was braucht man mehr? Zum Glück, ich habe hier einen wunderbaren kleinen Spielzeugpanzer geschenkt bekommen mit Fernbedienung. Da kann ich hier ein bisschen rüberfahren. Da hinten so eine kleine Grenze gemalt. Da ist Holland, da fährt der immer rüber. Ja Leute, mir geht's gut. Ich bin ja hier im Bunker und habe mich gepaart mit die Walter aus dem Frauenknast. Ja, damit wir hier ordentliche Nachkommen bekommen, die die Krise überwinden können. Wie gesagt, bin immer noch im Bunker hier und der Sex mit Kathi Karnbauer, also mit die Walter aus dem Frauenknast, war wunderbar. Muss ich mal sagen, Sex ist schon eine komische Sache. Mal dauert es zwei Minuten und mal geht es ganz schnell. Ihr seht, ich bin gut drauf. Bin nach wie vor hier im Bunker alleine mit die Walter aus dem Frauenknast. Aber mir kommen da Sachen zu Ohren, dass immer weniger Menschen zur Blutspende gehen, weil sie Angst haben, sich zu infizieren oder sich anzustecken mit dem Virus. Leute, Blutspenden ist ganz, 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 ganz wichtig. Das könnt ihr auch zu Hause. Ist relativ einfach. Braucht ein Eimer und ein Gewehr. Schießt ihr die ans Bein und lässt laufen. Oder holt euch in der Apotheke eine Spritze. Zapft das Blut selber ab. Relativ einfach. Für die Langhaarigen unter euch. Ihr kennt das mit den Spritzen. Aber diesmal ziehen und nicht drücken. Ja, bald komme ich raus. Jetzt am Morgen, am Mittwoch bin ich mit meinem Programm Ausbilder Schmidt, die Lusche im Mann im Worms im Autokino und am Donnerstag, den 21. Mai in Niederstetten im Autokino. Infos auf der Facebook-Seite unter Veranstaltungen. Und ich habe euch gebeten, mir ein paar lustige Sprüche zuzuschicken hier im Bunker, damit ich nicht so alleine bin. Und einer wunderbar hat es geschafft von Eduard. Er hat geschrieben, liebe Ausbilder. 1969, der erste Mensch fliegt zum Mond. 2020, wir basteln Masken aus Unterhosen. Da hat er recht. Vielen Dank. Macht's gut. Ich melde mich wieder und denk dran, morgen am 20. Mai in Worms am 21. Mai in Niederstetten. Ausbilder Schmidt live im Autokino mit dem ganzen Programm. Das wird richtig geil. Tschüss.